Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte Enfield Marsch, hier werden wir jetzt weiterhin düngen, da stellen wir leider Helfer ein, da hier auf Vorgewende gemacht wurde, vom Cosplay von der vorigen Folge. Der Rest schafft auch der Helfer alleine. Machen wir gleich, dann wird gleich vorbereitet die Aussaat, also Schlaufen auch von rüber. Mal ganz kurz gucken wie jetzt der Reifegrad und das Fels ist gedüngt und Wachstum, naja. 83% so wie Weizen die Nacht davor, also geht noch nicht. Ich überlege ob wir das mit zwei Seewaschinen machen. Werden wir machen, ne. Der andere braucht eh noch ein bisschen die Runde fährt. So, dann können wir noch einen Traktor frei haben. Traktor, wo bist du? Wart mal an die Kühe, haben die genug Wasser? Wasser genügt. Kühe waren auch schon fett. Der Faktor ist gut repariert, der ist guter Schuss. Dann werden wir gleich die zweite Sehmaschine nehmen und dann werden wir versuchen mal ein Verband zu machen. Die haben beide die gleiche Arbeitsbreite, sind zwar verschiedene Mods oder originalen Mods. Das macht aber auch noch nichts. Wir wollen ja Gras aussehen. Von daher ist es im Grunde egal. Aufsache, wir haben das Geld unserer Grasrinne. Die Menge müsste reichen. Obwohl das ist eine kleinere, nicht ganz voll. Die eine hat mehr Mehl drin. Von der Menge her. Aber trotzdem mal umstellen auf Gras. Weil das geht nicht ganz gerne. Der ist super gut. Der ist gut. folgen am Dienstag bei Arbeiten hochladen, hochladen morgen und dann mal schauen ob wir nach Donnerstag auch noch ein paar Folgen schaffen für die Touringkarte und Freitag halt den Rest, dass wir Freitagabend mitmachen können wenn Speedy wieder streamt, dann mal schauen und desto beide Fahrzeuge vor Ort haben, damit sie gleich ineinander arbeiten können sonst ist das hier schlichtweg wenn da eine oder zwei Fahrer aus sind, dann stören die sich gegenseitig oder ungünstig so, drehen wir mal wieder zurückfahren so, drehen wir mal aus so, wir werden mal kurz regenerieren für Feldnummer 14 dann ja namen gibt's ganzer kreis die Ecke geht zwei müssten, ein müsste eigentlich reichen und jetzt muss der so, wir werden mal aufsteigen so, wir werden mal aufsteigen und aufsteigen Aussteigen. Kopieren. Gut. Sehmodus einstellen. Und Düngmodus. Ersten Wegpunkt. Und rechts. Rechts ist genau richtig. Und du machst links. Das passt. Und Ersten Wegpunkt. So, Düngmodus fertig. 13 Tage. 13 Ingentarien war ich schon auf der jetzigen Version. Also die Version nicht, aber vom Prinzip das erste Mal neu gemacht habe. Ja, komplett. Kühe. 2,6. Milch habe ich auch schon wieder. 40.000. Das ist aber die Kühe von Ziesen. Also vor Ziesen. Die Kühe die ich mit nach Ziesen gekauft habe. Die geben noch keine Milch. Gras müssen wir auch nachdenken. Auf die 12. Gras aktivieren. Anklicken. Wie groß war Feld 12? Da hat er mir gesehen. Es fällt noch gelb. Es könnte mindestens 2. Bist du mehr? Alles am Raum? Ne, mein Zettel ist klug. Nein, nein, nein. Die Feldgrößenausdrucks. Feld 12 hat. Oh, 20 Hektar. 21 fast. So. Der hat beendet und fertig. Äh, ja. Das heißt, das können die anderen loslegen. Das können wir ganz schnell. So. Gras richtig. So, machen wir noch kurz. Einbeam. Jetzt fahren wir einen schönen Verband, der Zweiter wird jetzt warten auf ungefähr 100 Meter Abschalt und dann wird er uns unauffällig folgen. Wir fahren eine Runde und dann geht es nur hoch und runter. Dann sollten wir jetzt in der Folge fast durch sein. Ja, die Ecken werden wir nacharbeiten müssen. Das ist aber okay. Wenn wir das nicht machen, geht es auch. Aber wir werden so nacharbeiten müssen, weil die Ecken und Katten, das wird nicht so optimal gemacht. Wie gesagt, der Zweite Fahrer wird immer so Abschalt halten auf 100 Meter ungefähr. Er wird glücklich da ranfahren und somit können die sich von den Niedern kommen. Was zum Beispiel, wenn der Erste am Umfang stehen bleibt, machen wir auch immer, dann sind der Zweite, die vorbeifahren und sie entsprechend über den Haufen fahren. Dann, ja, haben wir noch einen Taktor frei. Gürtelmodus mit Gärreste. Wie sieht das Düngermodus aus? Oh, schon gekeimt. Gepflanzt. Gedenkt leider nur einer Schufe. Gut, wir haben uns vorige Dünger sparen können. Macht aber nichts. Nicht so einer. So, versuch was vielleicht. Trotzdem haben wir jetzt nicht mehr Dingsmitglied. Gärreste. Das heißt, wir müssen einen Taktor haben. Mal schauen, wir einen freier haben. Die beiden sollten jetzt eigentlich klarkommen, normalerweise. Mit dem hier. Normaler Dünger wird nicht gehen, das nimmt ja nicht so an. Aber mit Gärreste sollte das funktionieren. Mit Düngertreue fahren wir uns zurück zum Hof. Also, die Dünger stören nicht. Schade, dass die Felder nicht so klein, bis ich reißen. Was es ausmacht, wenn man unterschiedlich ausseht. So wie eigentlich. Ah, es kann nicht daran liegen, dass wir es ein Feld machen. Mal kann man noch ein Feld. Ja. Und zeitlich auch ein bisschen schnell gearbeitet haben vielleicht. Bereiche. Gründe kann man sicherlich erraten jetzt. Das ist so. Etliche Stunden ausmacht. So, der stört natürlich jetzt auf unserem Gülle fast bei der BGH Nord. Nee, Süd. Süd, Süd, Süd. Und wir sind nach links. Da hat noch einer frei. Ja, hier war der Stall, der ich immer verliegt hatte. Aber gut. Da hat mich persönlich gestört, da hat man Wasser nicht so gut rankommt. Was man da selber machen muss. Und dann kann man mit Co-Spray durchfahren lassen. Sowohl mit Stroh als auch mit mit Futter. Das ist eine Not. Da du richtig viel Kühe hast. Im halben Jahr haben wir ein paar Kühe mehr. Aber ob das entsprechend alles Weibchen sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich die Jungtiere dann immer umstallen. In anderen Stall trinken. Wahrscheinlich. So, hier müssen wir auch noch einen Überflugstust einfahren. Und Aber wir müssen ja erst den Kurs errechnen lassen. Für 14. Man könnte auch probieren. Beide fahren auch mit Gras. Das kann ich ja oben links sehen. Im Bildschirm. Der mit der 49er und 50er bin ich. Und der war ein arbeitender Helfer. Das sind möglichst schnell die die Felder fertig kriegen. Aber hier ist zu merken, dass er hinten was drauf hat. Mit Hültonen 32 angezeigt. Und den Fendt noch fahren lassen sollen. Na gut. Das scheint auch zu funktionieren, aber nacharbeiten müssen wir noch trotzdem vorher noch machen, bevor wir das entsprechen. Aber wir können einen Beschluss entfahren, was das können wir machen. Wir müssen nur schauen. Jetzt zu zweitens ist doch bin ich schneller als unsere Einfahrt. So. Den Modus hoffen wir den unseren Gärrest zu holen. Von der BGH. Die sind schön voll. Und das wäre ja verschenkt. Damit wir das nicht nehmen würden. Und ganz nebenbei hauen wir mit dem Wasser rauf. Ja, er steckt ein bisschen im Weg, aber in dem Falle sind wir nicht so ganz so tragisch. Weil wir fahren hier nicht zurück. Und wir fahren noch ein Fahrzeug. Die müssen so ein blöd dann links ausweichen, äh, ausscheren. Weil sonst kann man die Kurve ganz blöd rum. Ich jedenfalls. Ander vielleicht nicht. Aber hin, äh, festhacken wäre auch nicht ganz ungünstig. Weil, das muss man über Führungskurs nehmen und klappen, ne? So, hier mal schauen, dass wir entsprechend so wenden, dass wir dann fahren wir genau das Rohr, genau im Trägerbereich. Ja, haben wir gut getroffen. Jetzt fahren wir rechts weiter. Wie gesagt, in dem Fall, und die ganze Tage, äh, K.I. Verkehr fährt nicht. Und wir werden, äh, immer ein Fahrzeug fahren. So, liebe Zuschauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüss und bingen, winke. Schau, tschau. Bis denne, bis halbzulatig, sich zum nächsten Mal, dann morgen, ne? Tschau, wie?